Bei einer Charakterisierung beschreibst du die inneren und äußeren Merkmale einer Person. Was du dabei alles beachten musst, zeigen wir dir hier. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Eine Charakterisierung geht nicht nur auf die äußeren Erscheinungsmerkmale einer fiktiven Figur ein. Auch die inneren Eigenschaften der Figur sind hier wichtig. Die Charakterisierung hilft dir dabei, die Figur in den Gesamtzusammenhang des Textes zu setzen. Dabei beachtest du mehrere Punkte. Das Aussehen der Figur, ihr Verhalten, ihre Gedanken und Gefühle und ihre Beziehung zu anderen Figuren. So kannst du die Rolle der Figur für die Geschichte bestimmen und sie bewerten. Um eine Charakterisierung zu schreiben, achtest du auf die Textstellen, die dir Hinweise auf die Figur geben. Hier unterscheidest du zwischen direkter und indirekter Charakterisierung. Die direkte Charakterisierung umfasst ausdrückliche Äußerungen über die Merkmale der Figur. Häufig werden Fakten wie der Name, das Alter, der Wohnort und das Aussehen der Figur direkt im Text geschildert. Aber auch Gedanken und Gefühle können direkt geäußert werden. Mit der indirekten Charakterisierung sind Textstellen gemeint, aus denen du dir selbst Eigenschaften der Figur ableiten kannst. Wenn die Figur beispielsweise häufig zu spät kommt und sich nicht an Abmachungen hält, kannst du daraus schließen, dass sie unzuverlässig ist. Lies den Text noch einmal genau durch, damit du später keinen dieser Hinweise vergisst. Du kannst dir mit farbigen Markierungen die einzelnen Hinweise schon in einzelne Kategorien unterteilen. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Damit bist du der Gliederung deiner Charakterisierung schon einen Schritt näher gekommen. Sie besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Die Einleitung soll, wie der Name schon sagt, die Charakterisierung einleiten. Dazu ist es notwendig, dass du alle wichtigen Fakten des Textes nennst. Das sind Titel und Autor des Textes, Textsorte, Erscheinungsdatum und das zentrale Thema. Du fasst also in nur einem Satz zusammen, worum es in dem Text geht. Wenn du nun die Hauptfigur Chick aus dem gleichnamigen Roman charakterisieren möchtest, dann könnte dein Einleitungssatz also beispielsweise so lauten. Der Roman Chick wurde von Wolfgang Herrendorf im Jahr 2010 veröffentlicht und handelt von den zwei Jugendlichen Chick und Mike, die unerwartet Freundschaft schließen und sich gemeinsam auf eine Reise nach Rumänien begeben. Jetzt kannst du mit der Charakterisierung deiner Figur loslegen. Damit dein Aufsatz einen roten Faden hat, ist es wichtig, dass du dich von außen nach innen vorarbeitest. Achte außerdem auch immer darauf, in Präsenz zu schreiben und deine Aussagen mit den passenden Seitenzahlen des Textes zu belegen. In diesem Gliederungspunkt beschreibst du alle äußeren Merkmale der Figur. Der Anfang deines Hauptteils könnte zum Beispiel so lauten. Chick kommt als neuer Mitschüler in die Klasse des Hergetius-Gymnasiums in Berlin. Er ist mittelgroß, hat einen kantigen Schädel und dünne Beine, die im Kontrast zu seinen kräftigen Unterarmen stehen. Im zweiten Teil deines Hauptteils schilderst du die inneren Eigenschaften der Figur. Bringe hier nicht nur ihre Gefühle und Gedanken unter, sondern auch ihre Einstellung und ihre Entwicklung im Verlauf der Geschichte. Aber Achtung! Bleibe bei deiner Schilderung immer objektiv und sachlich. Das bedeutet, dass deine persönliche Meinung nicht einfließen soll. Das kann dann etwa so aussehen. Chick hebt sich durch sein Verhalten deutlich vom Rest seiner Klasse ab. Er kommt öfter betrunken zur Schule und erweckt zunächst nicht den Anschein, dass er Freundschaften schließen möchte. Jetzt ist der Großteil schon geschafft. Im Schluss geht es darum, deine vorherigen Ausführungen in einer logischen Schlussfolgerung zusammenzufassen. Du darfst hier auch deine eigene Meinung einfließen lassen, also positive oder negative Kritik an der Figur zu äußern, zumindest solange du sie sachlich begründest. Hilfreiche Formulierungen für deinen Schlusssatz sind beispielsweise Abschließend lässt sich sagen, dass Oder Der Autor stellt die Figur als einen dynamischen Charakter dar, indem Das war doch gar nicht so schwer. Oder Wenn dir der Unterschied zwischen einer Charakterisierung und einer Personenbeschreibung noch nicht klar ist, dann schau dir hier unseren Beitrag zur Personenbeschreibung an. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.